So, Freunde, wir haben heute meine Ultimate Team of the Season for Champs Rewards am Start und wir müssen mal ganz gerade, ganz, ganz kurz zur Real-Talk reden, Freunde. Also, ich hatte, glaube ich, noch nie, noch nie in all der Weekend-League-Zeit und ich habe wirklich jedes Wochenende-Weekend-League gezockt, noch nie solche respektlose Gegner gehabt und ja, als dann feststand, die 11 Siege kann ich nicht mehr holen, sondern nur noch maximal 10, die wir jetzt geholt haben, ja, habe ich direkt zwei bekommen, wo ich jetzt zwei Rage-Skits hintereinander bekommen habe. Also, keine Ahnung, was da los ist, auf jeden Fall holen wir uns jetzt auf ganz entspannt die Rewards, bevor wir rein starten. Falls ihr von der Startseite seid, Freunde, gerne mal ein Abo dalassen auf dem Weg Richtung 10.000 Abonnenten, die wollen wir dieses Jahr noch voll machen, insofern gerne den Traum einmal erfüllen, das wäre auf jeden Fall Ehre. Zerstört euch die Like-Band für die Interaktion, Algorithmus, Kommentare hinterlassen, am besten eure Foot-Champions-Rewards, lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen und damit würde ich sagen, gehen wir meine Foot-Champs-Rewards. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich könnte mich jetzt darüber aufregen, ich hatte bestimmt vier oder fünf Gegner, die ab der 50. Minute, und das ist jetzt Real Talk, Freunde, ab der 50. Minute hintenrum gespielt haben. Mit dem Torwart von links nach rechts die Verteidigung und man hatte kaum die Chance, den Ball zu kriegen, Freunde. Es war wirklich ekelhaft. Und wenn ich meine ekelhaft, dann wirklich extrem ekelhaft. Es hat jetzt ein Sieg gefehlt, wir haben zehn Siege geholt, ich wollte unbedingt elf holen. Aber wir wollen uns gar nicht darüber aufregen, Freunde. Wir wollen uns gar nicht darüber aufregen, ja. Wir wollen uns überhaupt gar nicht darüber aufregen, weil es das einfach nicht bringt. Ja, weil es das einfach nicht bringt. Insofern nehmen wir jetzt hier den Player-Pick mit. Es ist eh nur ein FX-Player-Pick, haben wir schon genügend im Livestreams darüber diskutiert. 25.000 Münzen und natürlich das 100-K-Set und das 50-K-Set. Freunde, meine Rewards und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach das Ding auf. Also, drei, zwei, eins. Come on, wer wird es? Ein Ultimativ-Team of the Season oder wie sieht es aus? Ja, und das sagt alles. Freunde der Sonne, das sagt alles. Gendusi habe ich schon tatsächlich als Team of the Season. Wir haben ein Courtois. Gut, da habe ich natürlich in der Militaro in Rot, theoretisch könnte man wunderbar denken. Und dann haben wir von der Bundesliga ein Thomas Müller. Wir wollen jetzt einfach mal auf ganz entspannt, Freunde. Gehen wir mal zu Footbin und gucken uns. Wirklich, das wird ein bisschen längerer Clip, Freunde, weil wir auf entspannte Zeit lassen. Courtois dürfte wahrscheinlich nicht viel kosten, Torhüter. 65.000 Münzen, da sind wir auf jeden Fall bei dem Preis. Thomas Müller, gucken wir uns den mal gerade an. Kostet natürlich, oh, 66.000. Ich wollte gerade ein bisschen mehr, ist tatsächlich 1.000 Münzen teurer. Und Gendusi, den ich halt schon als Normal-Team of the Season habe. Moment, nicht Butragenio. So, schauen wir mal nach. Gendusi, da ist er. 91er-Team of the Season. 84.000 Münzen. Also, Freunde, sage ich euch ehrlich, ich nehme jetzt einfach mal den Torhüter mit. Sage ich euch wirklich, wie es ist? Oder, warte mal, wollen wir Gendusi mitnehmen? Ja, Freunde, ich habe halt Ben Yedda schon in Rot. Das ist halt das Ding. Könnte man natürlich gut zueinander linken. Und dann direkt zwei Rote? Nee, Friends, nee, Friends. Wir nehmen mal, ich hätte gern Bock, Eder Militao auch zu spielen. Sage ich euch ehrlich, wie es ist. Insofern gehen wir jetzt hier auf Rating. Und falls ich ihn überhaupt gar nicht mehr haben will, einfach reinpacken. Ja, einfach in der SPC ballern, ja. So sieht das nämlich aus. So, jetzt machen wir die Python-Packs doch auf. Ich will gar nicht mit euch über die Web-App springen. Deshalb werden wir vielleicht auch gleich zwei 50-K-Sets öffnen. Sollt euch aber nicht großartig stören. Und insofern lasst uns doch einfach gemeinsam reinschauen in die Packs. Seltene Spieler-Packs. Jawohl, haben wir jetzt zwei Stück, Freunde. Machen wir zwei oder drei auf. Gucken wir mal, ob ein ultimativer Team of the Season um die Ecke kommt. Oder halt eben nicht. Pack Nummer eins, Freunde. Pack lang in die Kommentare. Was haben wir am Start? Jawohl. So sehen die 50-K-Sets von heute aus. 84er haben wir da mit Illichitsch. Ich denke, das sagt alles. Friends, das sagt alles. Wir packen... Oh, nur drei Duplikate. Hätte ich gedacht, das sind mehr. Sag ich euch auch, wie es ist. So, und das nächste ist nur zwei. Sonst würde ich die jetzt in der SPC packen. Bei zwei oder mehr gehe ich kurz in der SPC rein. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein oder zwei. 50-K-Sets auf. Und dann hat's... Oh, hier ist sogar das 100-K-Sets. Ja, Freunde, perfekt. Dann wird's ja angezeigt. Wir machen's auf in drei. Zwei. Eins. Let's go, yay. 84 plus garantiert. Da muss ein Team of the Season dabei sein. Special-Karte will ich sehen. Das lädt schon mal lange. Oh, Big Walkout. Ja, Freunde, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Sag ich euch ehrlich, ich glaube auch, dass wenn ich jetzt den 1-Sieg mehr geholt hätte, dass meine Player-Picks dementsprechend jetzt nicht auch wirklich viel, viel besser ausgesehen hätten. Und guck mal, nach dem Maris kommt ein 83er. Zwei Stück mit Jau, Felix und mit Volland. Und dann hier noch ein Wähler. Also, das sind halt die typischen 100-K-Sets, 125-K-Sets sind teilweise noch schlimmer. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, Freunde. Das soll's gewesen sein mit dem Clip. Lasst mich gerne wissen, wie eure Rewards aussahen. Und wir sehen uns im nächsten Clip oder auf dem Hauptkanal, links in der Beschreibung. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.